Herzlich Willkommen zu einem weiteren Digitalisierungsbox Premium Video. In diesem Video wird gezeigt, wie man die Kalenderfunktion in der Digitalisierungsbox konfiguriert. Hierbei gehen wir einmal auf die Tag-Nacht-Schaltung und auf die normale Kalenderfunktion ein. Die Konfiguration kann beginnen, nachdem Sie sich an Ihrer Digitalisierungsbox Premium mit den Admin-Zugangsdaten angemeldet haben. Sie befinden sich dann im Bereich Home und wechseln nun in den Bereich Telefonie. Im Bereich Telefonie haben Sie zuerst einmal eine kurze Übersicht über all Ihre vorhandenen Telefonie-Endgeräte und über Ihre Telefonie-Anschlüsse. Bevor wir hier mit der Konfiguration der Kalender beginnen, ganz kurz zur Erläuterung noch der Unterschied zwischen Kalendern und Tag-Nacht-Schaltung. Da die Tag-Nacht-Schaltung global greift, werden die Varianten in der globalen Konfiguration festgelegt und gelten dementsprechend auch systemweit. Die normalen Kalender sind individuell konfigurierbar und werden entsprechend einem einzelnen Dienst, zum Beispiel einem Team, zugeordnet und können individuell nur für einzelne Dienste bzw. einen Dienst eingesetzt werden. Wir beginnen nun erstmal in der Konfiguration mit der Tag-Nacht-Schaltung. Dazu klicken wir hier einfach auf Kalender und es wird automatisch der Tag-Nacht-Betrieb hier geöffnet. Zusätzlich wird hier eine Verlinkung zur generellen Kalender-Konfiguration verlinkt. Das heißt, wenn Sie keine Tag-Nacht-Schaltung jetzt konfigurieren möchten, können Sie hier direkt in die Kalender-Konfiguration springen. Wir konfigurieren hier erstmal die Tag-Nacht-Schaltung. Dementsprechend deaktivieren wir dann hier diesen Link. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz darauf ein, was man hier konfigurieren muss. Als erstes müssen wir eine Beschreibung setzen. Default-mäßig ist das Tag-Nacht-Betrieb. Das können wir auch so lassen. Die Anwendung ist ebenfalls hier im Nacht-Betrieb vorgegeben und zwar die Anwendung Nacht-Betrieb. Von dieser Anwendung lässt sich auch nur eine einzelne erstellen, weil diese eben global, also systemweit greift. In diesem Kalender haben wir jetzt die Möglichkeit, für einzelne Tage entsprechend unterschiedliche Schaltzeiten zu definieren. Das heißt, wenn wir hier beispielsweise auf den Montag klicken, sehen wir jetzt, dass es die Möglichkeit gibt, hier zum Beispiel um 7 Uhr den Nacht-Betrieb zu deaktivieren und dann um 17 Uhr zum Beispiel wieder zu aktivieren. Die Zeiten können wir dabei individuell festlegen und wir können auch weitere Schaltzeiten hinzufügen. Das heißt beispielsweise, wenn wir sagen, okay, um 7 Uhr soll der Nacht-Betrieb ausgeschaltet werden, aber für die Mittagspause möchte man beispielsweise den Nacht-Betrieb verwenden, dann könnte man das Ganze wie folgt konfigurieren. Und dementsprechend hätten wir jetzt um 7 Uhr die Deaktivierung des Nacht-Betriebs, um 12 Uhr aktivieren wir den Nacht-Betrieb wieder, um 13 Uhr wird er wieder deaktiviert und um 17 Uhr würden wir den Nacht-Betrieb wieder aktivieren und am nächsten Tag würde entsprechend dann der Eintrag greifen, eben vom Dienstag. Das können wir hier auch ganz einfach überprüfen, indem wir jetzt auf Dienstag gehen und hier haben wir auch die Möglichkeit, die Einstellungen direkt vor Montag zu übernehmen. Das heißt beispielsweise, wenn wir jetzt fünfmal in der Woche genau die gleichen Zeiten benötigen, dann können wir diese Einstellungen einmal beispielsweise im Montag oder an einem anderen Wochentag tätigen und dann einfach übernehmen. Das Ganze kann man hier dann für jeden beliebigen Tag machen, wenn man das möchte oder eben auch individuell setzen, vielleicht zum Freitag hin, dass man eben sagt, okay, hier möchte ich den Nacht-Betrieb um 7 Uhr deaktivieren, aber schon um 14 Uhr wieder aktivieren. Das können wir eben individuell dann wieder schalten. Für Samstag könnte man beispielsweise folgende Konfiguration nehmen, dass eben der ganze Tag lang der Nacht-Betrieb aktiv ist und am Sonntag könnte man diese Einstellung vom Samstag beispielsweise übernehmen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Ausnahmen zu definieren und zwar die sogenannten Feiertage. Das heißt, wir können auch hier entscheiden, okay, an Feiertagen möchten wir die gleiche Konfiguration wie am Samstag oder eine individuelle Funktion. Das können wir natürlich ja auch bestimmen. Und entsprechend möchten wir hier eben für den Tag-Nacht-Betrieb die Feiertage dediziert berücksichtigen. Im Bereich Mehranzeigen haben wir die Möglichkeit, die einzelnen Feiertage festzulegen. Folgende Feiertage sind vordefiniert und auf Bedarf können wir eben einzelne Feiertage wieder deaktivieren oder eben neue hinzufügen. Das ist kein Problem. Diese Feiertage greifen dann jetzt entsprechend hier auch im Tag-Nacht-Betrieb. Das heißt eben, wenn das entsprechende Datum, hier zum Beispiel der 1.1. erreicht ist, dann wird automatisch eben hier diese Ausnahme berücksichtigt. Wenn wir die entsprechenden Einstellungen wie gewünscht vorgenommen haben, betätigen wir einfach OK und haben damit jetzt die Tag-Nacht-Schaltung schon mal konfiguriert. Damit haben wir jetzt die automatisierten Zeiten im Tag-Nacht-Betrieb definiert. Allerdings haben wir hier noch nicht entschieden, wie das jetzt genau greift. Und dazu gehen wir als erstes mal in den Bereich Teams. Das heißt, wir gehen hier auf Mehranzeigen und wechseln hier einfach in den Bereich Nummerierung und dann Gruppe und Teams. Und hier schauen wir uns zum Beispiel mal die Gruppe 40 an, Beschreibung Team Global. Also das ist die globale Gruppe, die defaultmäßig angelegt wird. Wenn wir hier auf Bearbeiten gehen, haben wir jetzt die Möglichkeit, unterschiedliche Varianten zu konfigurieren. Ganz grundlegend, also zum Beispiel hier in der Variante 1, ist jetzt hier konfiguriert, dass die Nebenstellen 11 und 12 klingeln. Wird zum Beispiel Variante 2 aktiviert, dann klingelt hier eben nur die Durchwahl 14. Auch weitere Einstellungen können wir je nach Variante eben individuell setzen. Und damit sind wir hier am entscheidenden Punkt. Also wir haben die Möglichkeit, in einzelnen Funktionen, wie hier beispielsweise in der Team-Konfiguration, zu entscheiden, dass es verschiedene Varianten gibt, wo eben andere Bedingungen hinterlegt werden. Mit Übernehmen können wir hier entsprechende Änderungen aktivieren. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt in der Tag-Nacht-Schaltung, und zwar der Aktivierung der verschiedenen Varianten. Dazu gehen wir als erstes oben links in den Bereich Home und hier auf Mehranzeigen und dann in den Bereich Systemverwaltung auf Globale Einstellungen. In den globalen Einstellungen scrollen wir dann erstmal runter und gehen auf Mehranzeigen und haben dann hier im Bereich Nachtbetrieb die Möglichkeit, verschiedene Varianten für den Nachtbetrieb zu aktivieren. Das heißt zum Beispiel hier bei der Teamsignalisierung möchten wir, okay, im Nachtbetrieb soll Variante 2 greifen und im Tagbetrieb wird Variante 1 genutzt. Und dementsprechend wählen wir hier dann die gewünschte Variante aus und das greift dann für sämtliche Teams. Also das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel zehn verschiedene Gruppen konfiguriert haben, dann wird im Nachtbetrieb bei all diesen Gruppen die Variante 2 benutzt. Entsprechende Änderungen hier in der Konfiguration werden dann mit okay bestätigt. Damit haben wir nun die Tag-Nacht-Schaltung erfolgreich eingerichtet und wir kommen zur Konfiguration weiterer individueller Kalender. Wir gehen deshalb nochmal in den Bereich Telefonie, hier nochmal auf Mehranzeigen und scrollen dann so weit runter, bis wir den Punkt Anwendungen sehen. Und hier gehen wir in den Punkt Kalender. Wir sehen hier jetzt erstmal im Bereich Kalender die Auflistung sämtlicher verfügbarer bzw. konfigurierter Kalender. Das ist aktuell der Tag-Nacht-Betrieb und wir haben die Möglichkeit, in den Reiter Feiertage zu springen und hier eben entsprechende Einstellungen bezüglich der Feiertage vorzunehmen. Das heißt also, weitere Feiertage zum Beispiel hinzuzufügen oder einzelne Feiertage wieder zu deaktivieren. Wenn wir nochmal zurück in den Bereich Kalender gehen, können wir nun mit neu einen zusätzlichen Kalender anlegen. Diesem Kalender vergeben wir hier zuerst einmal eine Beschreibung, zum Beispiel Gruppe 78. Dann entscheiden wir, was für eine Art von Anwendung hier verwendet werden soll. Es gibt diese Kalender für folgende Anwendungen. Teamsignalisierung, TFE-Signalisierung, Berechtigungsklasse, Abwurf auf interne, externe Rufnummer und Voicemail-System. Die unterschiedlichen Anwendungen haben logischerweise unterschiedliche Funktionen und können dann dementsprechend hier einfach ausgewählt werden. Wichtig ist, dass wir eben einen Kalender nur für einen Anwendungstyp konfigurieren können. Wir wählen in diesem Fall zum Beispiel Teamsignalisierung aus. Wenn wir nun auf die einzelnen Wochentage gehen, wie beispielsweise den Montag, können wir für diesen Tag eben verschiedene Umfallzeiten eben definieren. Beispielsweise soll ab 8 Uhr die Anrufvariante 1 funktionieren. Ab, sagen wir mal, 14 Uhr soll Anrufvariante 2 greifen. Und ab 17 Uhr möchten wir, dass Anrufvariante 3 greift. Dann können wir das hier einfach so konfigurieren und das können wir nun individuell für jeden Wochentag machen oder entsprechend natürlich einfach hier vom Montag übernehmen. Das müssen wir hier dann einzeln so festlegen. Und das ist wie gesagt dann hier ganz einfach die Möglichkeit. Zuzüglich natürlich noch Wochenende. Hier könnten wir das Ganze zum Beispiel mal anders konfigurieren. Beispielsweise, dass den ganzen Tag Anrufvariante 4 greift. Und am Sonntag übernehmen wir zum Beispiel die Einstellungen vom Samstag. Zuzüglich gibt es natürlich wie immer noch die Funktion Ausnahme. Hier können wir entscheiden, ob Feiertage berücksichtigt werden sollen und dann natürlich, welche Umschaltzeiten wir hier konfigurieren möchten. Auch hier gilt natürlich, es gibt einmal die Möglichkeit, individuelle Einstellungen zu tätigen oder eben eine andere Konfiguration hier einfach zu übernehmen. Genauso gut ist es auch möglich, die Feiertage nicht zu berücksichtigen. Dann greifen diese Einstellungen eben entsprechend an jedem verfügbaren Tag. Auch hier gilt natürlich, dass mit OK die einzelnen Einstellungen übernommen werden. Und nun kommen wir eben zur Anwendung des Kalenders. Wir haben also jetzt einen Kalender erstellt, der für eine Teamsignalisierung geeignet ist. Das heißt, wir benötigen jetzt ein Team, in dem wir einmal natürlich die verschiedenen Varianten konfigurieren. Und wir müssen innerhalb dieses Teams dann auch diesen Kalender aktivieren. Und das machen wir jetzt. Dazu gehen wir nochmal in den Bereich Telefonie, dann auf Mehr anzeigen und gehen dann hier im Bereich Nummerierung auf Gruppen und Teams und legen hier zum Beispiel einfach mal eine neue Gruppe an. Nennen wir diese Gruppe einfach mal Gruppe 78, vergeben eine interne Nummer, zum Beispiel die 78. Nun können wir hier in den weiteren Einstellungen einen Kalender aktivieren. Den Kalender, den wir erstellt haben, Gruppe 78. Und die Änderungen, die wir hier in den allgemeinen Einstellungen jetzt vorgenommen haben, übernehmen wir hier ganz einfach mit Übernehmen. Das müssen wir machen, bevor wir in die einzelnen Varianten klicken, weil ansonsten werden die Einstellungen hier nicht übernommen. Als nächstes gehen wir dann erstmal in die Variante 1. Hier können wir jetzt zum Beispiel festlegen, dass eben bestimmte Teilnehmer hier zum Beispiel in der Variante 1 klingeln sollen. Das wären jetzt hier zum Beispiel die Teilnehmer 12 und 13. Zusätzlich gibt es noch Möglichkeiten hier, die Signalisierung individuell zu konfigurieren in dieser Variante und natürlich auch noch weitere Einstellungen zu setzen. Wenn wir hier alle Einstellungen wie gewünscht gesetzt haben, klicken wir dann auch wieder auf Übernehmen und gehen dann in die nächste Variante. Und hier könnten wir das Ganze zum Beispiel mit einer anderen Nebenstelle machen, beispielsweise der Nebenstelle 14. Und auch hier klicken wir dann auf Übernehmen und abschließend noch die Variante 3, wo wir beispielsweise sagen, okay, in Variante 3 soll eben das zentrale Mobilteil, die Nebenstelle 11 klingen. Auch hier könnten wir die Einstellungen eben entsprechend konfigurieren, beispielsweise Busy on Busy noch zusätzlich aktivieren. Mit Übernehmen haben wir auch diese Einstellungen dann hier getätigt. Und damit haben wir jetzt hier die Gruppe 78 erfolgreich angelegt, die verschiedenen Varianten konfiguriert und den entsprechenden erstellten Kalender Gruppe 78 hier zugeordnet. Damit haben wir nun die Tag- und Nachtschaltung und einen einzelnen Kalender konfiguriert. Abschließend muss die Konfiguration wie üblich gespeichert werden. Dazu klicken wir oben auf Konfiguration speichern, bestätigen den Vorgang mit okay und damit wird die Konfiguration bootfest auf der Digitalisierungsbox abgelegt. Wir haben nun folgendes konfiguriert. Wir haben zuerst die Tag-Nacht-Schaltung konfiguriert, indem wir den Kalender eben entsprechend eingerechnet haben. Im Anschluss haben wir uns das Thema Varianten in zum Beispiel Teams angeschaut und danach haben wir die Varianten in einem Team konfiguriert und abschließend noch die globalen Einstellungen bezüglich der Tag-Nacht-Schaltung vorgenommen. Im Anschluss haben wir einen weiteren Kalender angelegt und diesen individuell für ein Team erstellt. Dieses Team haben wir im Anschluss dann vollständig eingerichtet, inklusive der verschiedenen Varianten und dort natürlich den Kalender zugewiesen. Damit sind wir hier am Ende des Videos. Auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.